Was wäre, wenn wir leidenschaftlich glauben? Brennen ohne auszubrennen? Gemeinsam Jesus nachfolgen? Was wäre, wenn wir engagiert leben? Für unsere Mitmenschen da sind, ihre Nöte und Sorgen verstehen? Gottes Liebe in die Welt bringen? Was wäre, wenn wir Gemeindearbeit innovativ neu denken und gestalten? Selbst in Bewegung kommen, neu aufbrechen und die Zukunftsfragen mitgestalten? Upgrade 2019, der Zukunftskongress des Gnadauerverbandes. Weiter, echter, tiefer. Was uns in Bewegung hält, ist immer der nächste Schritt.